Hallöchen Leute, es freut mich, dass ihr wieder einschaltet bei MegaMan9. Wir haben der Lady schon den Vortritt gelassen und sie auch schon besiegt. Splashwoman ging echt cool mit dem normalen Blaster. Ich bin gespannt, wie die anderen reagieren, ob das nur Zufall war oder ob alle eigentlich vom Blaster sich relativ schnell fertig machen lassen. Ich, ähm... Ja, guck mal, Plugman. Wenn ich mir den angucke, ist das eine Steckdose? Warte mal, wie sieht denn der am Rand aus? Guck mal, doch oben links am Rand, das ist eine Steckdose. Denn, also ist das Elektro. Also kann ich mir vorstellen, dass es eher die Schwäche gewesen wäre von Splashwoman. Also würde ihr Dreizack bestimmt nicht bringen? Ich hab den Laser-Dreizack. Vielleicht bei... Jovelman, Juwelenman. Ich nehm einfach mal den. Oder? Oder Honisse, ey. Okay, was soll's. Ich nehm... Ich nehm Stöpselman, los. Einfach einen wegstöpseln. Okay, wieder Maschinenwelt hier. Okay, gut. Ich hoffe, euch stören die Ränder nicht. Ich muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber warum sind hier noch zwei extra schwarze Balken? Das ist voll komisch. Na, egal. So, Elektro. Oh Gott. Okay, bekannte... Allseits bekannte respawnable Gegner. Oh Gott. Ich hoffe, ich find hier ein paar Schrauben. Wow. Okay, okay. Oh, na toll. Die kommen jetzt richtig günstig raus. Ich kann durch Wände schießen. Das ist voll geil. Voll jetzt schießen da. Oh, Schrauben. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Wow. Habt ihr das gesehen? Kann man doch irgendwann sliden? Weil da komme ich jetzt nicht ran. Äh. Okay. Irgendwann ist dann scheinbar doch irgendwie was. Weil ich... Ich will da hin. Ich komme da nicht hin. Ist eine große Schraube. Oder warte mal. Irgendwas mit... 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 Der Laser-Tripe. Nee, das ist ja Wash-Coil. Der wird ja so funktionieren wie sonst. Oder muss ich... Guck mal lieber. Ja, okay. Der wird so... Gut. Hä? Ne... 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 Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwie einen Enterhaken oder sowas später. Wow. Ne... 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 Was sind mit den Dingern hier los? Okay, hauen einfach ab. Na gut. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwie hier Secret Weapons gibt. Den würde ich dann echt anhand einfach machen, wie mein Inventar aussieht. Würde ich einfach gucken. Oh nein. Oh nein. Die Scheißblöcke. Oh Gott. Ob die wenigsten netter sind. Ich weiß es nicht. Okay, gut. Die sind netter. Aber der ist nicht nett. Oh! Jetzt doch runter, ihr Schubst. Okay, gut. Das Spiel ist aus. Okay, Leute. Tschüss. Natürlich. Fortsetzen. Ich hatte sowieso das ein Leben. Gut, okay. Also sowieso das Letzte. Und deswegen geht das noch gar nicht klar hier. So, ich weiß jetzt nur nicht wegen den Schrauben. Ob die für immer einiges damit bleiben. Oder das sieht ja nicht so aus. Also, die ist ja wohl eher wieder, dass ich mir ganz viel, ganz viel kaufen kann. Deswegen wird das wohl so sein, dass ich auch nachspawn, dass man ein bisschen farmen kann. Aber noch halt weiß ich davon ja nicht so viel. Plattman. Oh Gott. Wie kann man nur so einen komischen Namen haben? Stöpselman. Ich bin wohl einfach so stecklosen, Mann. Aber ich nenne ihn eh wieder, wie ich möchte. So. Hätte ich mich wieder verarschen lassen. Oh, der verarscht mich wieder. Aber egal. Jetzt mach ich mich wieder. Okay, gut. Und es geht ja noch weiter. Aber wie es aussieht. Oh, ist ja fies. Okay, da oben wird man dann abgeblockt. Okay, gut. Gut, dass ich mal geguckt habe. Gut, dass ich mal geguckt habe. Ich muss also nach unten. Wenn er mich da abblockt. Alles klar. Alles klar. Voll fies. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh, okay. Alles klar. Und wie viel sind denn hier von den Dingen? Okay, hier kann ich auch jetzt mal wieder ein bisschen save. Und hier geht es auch nur zu Geld. Okay, das ist wirklich... Oh, zu spät. Nee, warte mal. Ich will das Cash haben, Leute. Ich habe schon 50. Ja, jetzt habe ich mir richtig Cash. Passt da auf. Du, du, du. Hörst du. Boah, Alter, wie hoch springt der denn? Da könnte ich ja fast schon alleine damit hochjumpen. So, was ist denn jetzt hier? Was ist denn hier? Äh. Okay, pass auf. Höh. Ey, da kommt man doch da hoch, oder was? Boah, fast. Da kommt man fast hoch. Ist ja geil. Okay. Höh. Ja. 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 Cash, Mann. Okay. Oh, da geht es ja noch weiter. Oh, da geht es ja noch weiter. Warte mal, da gehe ich auch rüber. Pass auf. Höh. Höh. Yeah. Und zack. Ein One-Up. So, kann ich irgendwie die Schultertasten benutzen, um die Waffen zu wechseln? Nee, tatsächlich sind die nicht eingebaut worden. Das war ja... Original war das ja... Wii-Spiel. War das nur für die Wii? Ah. Höh. Aua. Was war... Wo kam der denn jetzt her? Ich stehe einfach bloß rum. Äh. Kam der aus dem... Aus der Wand da raus? Oder... Ja, der kommt ja aus der Wand raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, kommt der aus der Wand so ein komischer Typ raus? Äh. Äh. Okay, wo soll ich denn hin? Ach du Scheiße. Na gut, okay. Äh. 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 Oh Gott, okay. Warte, 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 warte. Ich hab's gecheckt. Ich bleib aber auf jeden Fall jetzt immer auf der linken Seite. Weil wenn ich links runter geschubst werde, ist das nicht so schlimm. Rechts runter geschubst werden, ist natürlich sehr, sehr schlimm. Okay. Okay, da muss ich aber... Ja, da muss ich einfach da schnell hinrennen. Okay, gut. Gut, okay. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So, hüpps. Hüpps, alles klar. So, ja, und jetzt? Scheiße. Oh Gott, ey, oh Gott. Ja, okay, es sieht aber so aus, als wäre das einfach eine normale... ...ne ganz normale Reihe. Ohne hier irgendwelche fiesen Überraschungen. Keine fiesen Überraschungen, bitte. Okay. Duh-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Jupp, sieht aus wie... Ohne fiese Traps. Oh Gott. Ha! Ein bisschen, okay, gut. Muss man sich nur merken. Es hat kein Problem, Leute. Duh-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Das ist komisch hier. Duh-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü Da muss man nach links. Nach links und dann. Okay, gut. Ja. Ich könnte, glaube ich, schon nach rechts springen können, oder? Das hätte ich, glaube ich, schon geschafft. Warte, das ist bloß optional wegen Geld. Egal, Leute, ich schaff's. Ein bisschen üben, man. Die Blöcke muss man halt immer üben. Es sind halt die Blöcke. Wups. Aber an sich geht's ja fix. So. So, hups. 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 Oh Gott, so hups. Und hups. Okay. Nein, nein, nein. Jetzt, oh Gott. Oh, oh, oh. Okay, an den Spiegel vorbeigehen ist aber nicht so toll. Ey, nicht mein Zeug einsammeln, du Ohler-Sack. Okay, gut. Zack, zack. Oh Gott, Stachel. Mit den Spiegeln ist ja lustig. Jetzt sind ja keine Spiegel. Das ist ja irgendwie was ganz crazy. Ja, da bleib ich schön unten drinnen. Ja. Schön verarscht. Oh Gott. Lass mal mehr Cash. Oh, die kann man bestimmt irgendwann... Ich könnte mir vorstellen, dass man die irgendwie einfrieren kann. Was ist, wenn die denn als Brücke benutzt? So, spring mal hoch. Du kannst mal springen. Ja. So. Ach nee, man muss einfach hier hin. Okay, man muss einfach kurz nochmal zurückgehen. So, haben die Level jetzt einfach mehrere Checkpoints? Weil irgendwie... Mann, jetzt kommen wir da, was ist das denn? Wenn man zu greedy ist und wenn man zu viel Geld will. Denn das Kind... Ja, wie treffen die mich denn? Boah, ist aber... Ja, die sind... Oh, wie Scheißhaus fliegen, Alter. Also ich komme dir nicht nach, wenn man... Wenn man halt die am Leben lässt, komme ich ja nicht nach. So, ich sprung mir jetzt wieder hier Energie vor. Die zieh ich gar nicht ein. Die zieh ich nicht ein. Energie bitte. So, haps. Yeah, ich hab das Cash. Du, haps. Hm, 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 hm. Ach, mein Gott. So. Boah. Toll, in der Wand gecashed. In der Wand reingecashed. Was war das denn? Du, 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 du. Aber eigentlich muss man jetzt hier echt... Einfach fahren, bis man Geld hat. Bis man wieder Energie hat. Ha, ha. Danke, Kumpel. Aber... Ja, bis ich dahin komme ich tot. Höh. Es wird hier jetzt weggegangen. Oh Gott, Mann. Ihr Säcke. Oh. Komm, doch mal nochmal so einen großen. Hier will ich doch nur einen großen haben. Du, 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 du. Ach komm, dann lass mich doch in Ruhe hier, ey. Ach, Licht. Das ist heute mein letztes Leben, aber... Oh Gott, ey, es gibt so ein Ding an hier, die... Oh Gott, was? Eroberer, Errungenschaft, freigeschalten. Was gibt's hier nicht für Errungenschaften? Ich fülle gleich aus hier. Hört mir auf mit Errungenschaften. So, hier kann ich mich jetzt ein bisschen hochpusten. Schacheln klingeln mich trotzdem. So, dann guck mal kurz links. Also da muss ich drauf, dann da. Und dann einfach springen. Und der Weg schon da. Okay, boah, einfach ein Leben. Du, 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 bisschen Cash. So, wartet mal. Ich muss hier aber erst mal ne... Boah, was ist so? Yeah. Okay. Okay, alles klar. Du, 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 du. Ich keine Ahnung, was jetzt daran liegt, dass ich den klassischen Modus aus habe. Keine Ahnung. Klassischer Modus. Was soll denn heißen? Klassischer Modus. Ich weiß nicht. Wenn das jetzt hier die Art und Weise ist, dass ich hier jetzt Hard- und Easy-Mode kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Das wird doch schon ein bisschen... Das wird doch schon wieder ein bisschen einfacher gewesen. sein, oder? So, hüps. So, Achtung, hüps. Okay, alles klar. So, Leben braucht nicht. Ich hab mir noch, Leute. Aber... Oh, ich hätte einfach wo es links stehen bleiben können. Okay, egal. So, Leute. Dann machen wir jetzt mal... Black Man Down. Ich hab hier richtig viel daneben gekriegt. Das ist richtig cool. Ich weiß nicht, mag ich mir jetzt irgendwie sagen, dass ich so einen Easy-Mode gewählt habe. Aber ich könnte mir das halt echt nicht vorstellen. Hier steht auch nichts mehr drüber. Hier steht halt nichts. Ich hab ja irgendwie alles... Irgendwie alles aus und so was. Und ganz am Anfang gab es ja so eine Art... Das war irgendwie so eine Superrüstung oder was? Oder war das bei einem anderen Spiel auf andere Spiel bezogen? Ich weiß es halt nicht mehr, ne? Auf jeden Fall... Keine Ahnung. Ja, falls... Dann ist es halt so... Entschuldigung. Klassischer Modus. Ein, aus. Klassischer Modus. Kann ich mir vorstellen. Ah, ihr schreibt mir bestimmt sowieso wieder. Aber gut. So, wer bist du hier, du Gestöpsel? Oh, oh. Hm. Okay, der kriegt jetzt zum Beispiel schon mal nicht Schaden. Oha. Äh. Oha. Wow. Okay, der ist hart. Der ist tough, Alter. Hm, der ist, Alter. Der ist richtig, der weiß Bescheid. So, ich glaube, Trident hat jetzt auch nicht so viel gemacht. Dann kann ich ihn, glaube ich, weiter normal beballern. Geht auch schneller. So, wie viele Lamek jetzt gefarmt, Alter? Krass, mal zwei Versuche. Ja, so ballern geht, glaube ich, schneller. Okay. Ich muss mich bloß im Ausweichen trainieren. Geht schon. Ja, haha, du wirst sterben, Mann! Ach, komm. Du müsst hier so ein Stöpsel nennen. Ich hab Angst vor dir, oder was? Hier, guck mal, ich hoffe, ich bin schon fünfmal Treffer hier, Alter. So, komm, rüber. Da sprichst du mal. So, ich weiß, springen. Oh, der Arsch. Wow, noch nicht so. Wow. Oh. Okay, rüber. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Alter, wieder mich zu spammt. Er spammt, oh. Einer von allen Seiten. Jetzt hat er doch das letzte Leben noch einsammeln müssen. Aber gut, hier wird in der Welt auch mit Schwäche zurückkommen. Alter, war das wahr? Weil die Display ist ja übelst schnell daumgegangen durch meinen normalen Schuss. Wäre die richtig schnell weg. Der hält sie nicht. Der braucht ein bisschen länger. Aber gut. Letztes Leben. Die Stage Genia an sich, die war jetzt nicht so schwer. Das ist irgendwie... Ja, Elektro. Wer könnte denn der Schwäche sein? Man weiß vielleicht nicht, ne? Das ist hier leider wo es alles nur einen abkommt. Was? Oh Mann, spring doch, Mega Man! Spring! Er springt nicht. Okay, die Dinger fallen immer wieder auf mich runter. Die komischen Elektro-Dinger, die kann man ja auch alle lernen. Oh, das ist aber fies, ey! Oh! Die Hälfte kicken wir down. Na, Mist! tschüss man das spiel ist aus speichern so aber nicht weiter speichern sie wieder ja schon was habe nun gut damit erst mal probieren abschnitt auswählen erst mal einander probieren los oder geht es mal einkaufen ich habe ja ganz viel gesammelt die 100 wo ich bin in energy equalizer den bräuchte an sich nicht so ne so hier kannst du alles eintauschen mal hol ich mir eddie und dings macht den eddie das ist ein eddie ruf damit kannst du die rufen und er wird dir einen gegenstand bringen der eddie ruf kann nur einmal verwendet werden kostet dich 50 schrauben erst mal nicht denn vielleicht wird er bestimmt bei dem schon immer geht ich habe ein energy tank ganz verjetzt so hat mich ein energy tank eingesetzt bei dem spinner da ich habe ja ein egal so was macht das ist ein energy eine energie aus ein energie ausgleicher wenn du eine waffenkugel aufnimmst wird dieser gegenstand energie bei der waffe wieder herstellen die niedrigste energie hat ein ziemlich praktischer gegenstand kostet dich 100 schrauben ja der sind für immer ne warte mal ich will kurz andere gucken was ist denn was ist denn das hier das ist eine schutzpanzerung wenn du die benutzt nimmst du in diesem abschnitt nur an den halben schaden dieser gestehen kostet ich vor den geschadten kann das auch nur einmal machen oder was schutzpanzerung was zur hölle du möchtest du nicht mit den normalen er cool also so folgt erstmal den hier was soll's die 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 damit jetzt so kurven ja und dankeschön möchte noch etwas nein das ist auch aus ist jetzt ausgegraut dass ich schon habe cool jetzt habe ich natürlich ein energie tank kann man auch wieder sich fragen habe ich jetzt noch alle er könnte denn bei der so ein dreizack der könnte dann dagegen anfällig sein lässt sich wieder überhaupt nicht machen hier der ist ein stromtyp wie könnte der denn schweißer sind mit magma man ich gehe mal zu magma man magma man oh mein god er ist aus magma magma man so ich gucke mal schnell ob ich mein energie tank noch haben und gespeichert bleibt ja sehr schön weil es gespeichert sind die man einsetzen kann oder was dann wird hier sind und auf der rechten seite die sind wohl permanent weil da kann ich nicht hinklicken beinahe eingesetzt mit stadt da sind wir die geile stage ich habe alles zurück wir sind für ein fieser der kommt einfach so an und ich kann nur von hinten treffen wir sind einfach rüber springen ist ja nur energie das überhaupt nicht hin oder ich da hin richtig knapp richtig knapp so tot mag man er hat noch nicht mehr alle der mega der laba schwall ok ok ich werde euch sicher machen dass wir das hier machen wollte rechtlicher richtig hart aber interessant das alles schäme die 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 den jetzt ein bisschen cash liegen lassen aber ich hab ich damit bin ich mir mit Was ja hier gar nicht geht. Wann ist mit dem Feuer los? Oh Gott, oh Gott. Nein, hau ab, du alles Feuer, hau ab, du alles Feuer, hau ab, du alles Feuer. Okay, gut, aber man kann es checken. Boah, ist ja hart. Da hat er mich ver... Oh, hat er viele Flammen. Okay, nach dem ist bestimmt der Checkpoint. Aber gut, ich habe keine Angst vor dem Lappen. So, hier muss man echt einmal rüberspringen einfach. Ups. Ich bin gesprungen. Aber nicht gut genug. Verdammt. Aber schön, ich freue mich. Das wird richtig schöner. Classic, classic Adventure. Wow. Ja. Oh Gott. Wap, wap. Didi, 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 didi. Wow, wow, wow. So, ein bisschen Energie bitte. Wie? So, der Sprung hier ist übel. Der Sprung ist gleich zu der Leiter dahin. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Achtung, ganz ruhig. Oh, Alter, wie knapp das immer ist. Da kriegt man richtig Angst. So. Wow. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht ist er doch der Dreizack hier irgendwie. Vielleicht ist er doch irgendwie die Schwäche, weil, ja, es kommt halt von der Splashwung, von der Wasserfrau. Vielleicht, man weiß es mir nicht. Dort. Du, 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 du. Da wird der Lava, ey. So gut, füllt sich der Raum hier nicht. Der würde sich noch füllen. Das ist nicht alles. Wow. Wow. Er schubst du mich erst mal fass da rein. So. Ups. Aua, Mann. Nein. Du, 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 wumm. Du, 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 du. Lass mich bloß in Ruhe. So, kann ich mal bei dem Drachen einfach den Dreizack probieren? Vielleicht ist er richtig geil. Oh, ich kann ihn ja nicht nur richtig krass, äh, ganz oft hintereinander werfen. Oh, an dem Fall misst ich jetzt aber echt den Slide. Den vermisst man. Weil den kann ich unter ihnen durchsliden, aber den geht nicht. Dann schafft man den dann irgendwie frei. Äh, macht das überhaupt Schaden? Ich weiß nicht, dass er ja keinen Schaden macht. Ich würde ja keinen Schaden machen. Kann das sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Diese Wavy Lines. Oder was ist denn mit ihnen? Oh, okay. Oh, zu. So, Checkpoint erreicht. Hopp ich mal. Oh, er hat ein paar Gas leckt. Oh Gott. Hät ihr ein paar Gas leckt? Soll ich dann mal reparieren? Oh Gott. Einfach schießen. Einfach immer schießen, Leute. Das ist die beste Takke hier. Dann geht man schon mal allem übel aus dem Weg. So, halbwegs jedenfalls. Ja, mein Equalizer ist da und hilft mir. Oh Gott. Rübe rüber, rüber. Oh, ist ein Leben. Yeah. Wie kommt ich jetzt hier runter? Äh. Okay, ja, klar. Hilfe. Wow, wow. Nein. Wow. Nein, da kommt noch einer. Nein. Oh Gott. Jetzt hat mich das Einsammeln voll in der Wapte. Habt ihr das gesehen? So richtig, so richtig stocken gekommen. Aber okay, gut. Macht dann nix, oder? Macht dann nix. Wir sind beim Checkpoint. Das heißt, wir sind bald da beim Loverman. Beim Magma-Man. Der heißt Magma-Man. Gibt es einen noch peinlicheren Namen? Dillin, dillin, dillin. Wenn ich so heißen würde, ja. Ich würde meine Roboter-Karriere an den Nagel hängen. Weee, so. Oh Gott, aua. Nnnn-nnnnn. Wo ist ein Köp wie hier, ey? Guck mal richtig böter. Aua. Hey! Alter, da schafft man ja wieder richtig knapp nur. das spiel ist mein freund ich spreche ist vorbei ich probiere wieder ein bisschen rum bisschen viel rumprobieren aber es sollte eigentlich besser klappen oder hoffentlich abschnitt wählen ich war nicht bei ihm aber was soll ich überlegte was ich bin ich mache vielen dank fürs zuschauen macht aber spaß megamen 9 bis dann ciao